Jessica Lange ist eine US-amerikanische Schauspielerin, die seit 1976 in Film, Fernsehen und Theater große Erfolge feierte. Sie gehört zu den am meisten ausgezeichneten Schauspielerinnen der modernen Zeit. So ist sie zweifache Oscar-Preisträgerin, erhielt fünfmal den Golden Globe Award und dreimal den Emmy Award und wurde auch darüber hinaus vielfach prämiert. Leben Lange studierte an der University of Minnesota, bevor sie nach Paris ging, um dort die Schauspielkunst zu erlernen. 1973 kam sie zurück in die USA. Drei Jahre später gab sie ihr Schauspiel-Debüt in Dino de Laurentiis Film King Kong und wurde sogleich mit dem Golden Globe Award als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet. 1983 wurde Jessica Lange zweimal für den Oscar nominiert, zum einen für Frances mit Sam Shepard, zum anderen für Tutsi mit Dustin Hoffman. Für letzteres wurde sie mit dem Preis ausgezeichnet. Drei weitere Male war sie nominiert, bis sie 1995 ihren zweiten Oscar für Operation Blue Sky erhielt. 1992 gab Jessica Lange ihr Broadway-Debüt in Tennessee Williams' A Streetcar Named Desire an der Seite von Alec Baldwin. Seit 2011 ist Lange in der US-amerikanischen Fernsehserie American Horror Story die dunkle Seite in dir und damit zum ersten Mal in einer Fernsehserie zu sehen. Nach eigenem Bekunden hatte sie schon zuvor Angebote für Serien, wollte sich aber nicht über einen zu langen Zeitraum verpflichten. Die eher niedrige Anzahl der Folgen in der Serie gab für sie den Ausschlag, sich in dieser Form ins Horror-Genre vorzuwagen. Für ihre Darstellung wurde sie verschiedentlich ausgezeichnet, unter anderem mit Emmys in den Jahren 2012 und 2014. Im März 2012 gab Pioneer Pictures bekannt, dass Lange die sechsfach für den Oscar nominierte Glenn Close im Krimi-Drama-Thriller Therese Ruckin ersetzt. Jessica Lange war von 1982 bis 2010 mit dem Schriftsteller, Regisseur und Schauspieler Sam Shepard liiert. Aus der Beziehung gingen zwei gemeinsame Kinder hervor. Jessica Lange hat außerdem eine Tochter aus einer früheren Beziehung mit dem Tänzer Mikhail Baryshnikov. Filmografie 1976 King Kong 1979 Hinter dem Rampenlicht 1980 Cash Machine 1981 Wenn der Postmann zweimal klingelt 1982 1982 1982 Tutsi 1984 1984 Country 1985 Sweet Dreams 1986 1986 Verbrecherische Herzen 1988 Ein Leben voller Leidenschaft 1989 Musicbox Die ganze Wahrheit 1990 Verrückte Zeiten 1991 Cap der Angst 1992 Night in the City 1994 Operation Blue Sky 1995 Die andere Mutter 1995 Rob Roy 1997 Tausendmorgen 1998 Cousine Bette 1998 Eisige Stille 1999 99 Titus 2001 Prosegnation Mein Leben mit der Psychopille 2003 Eine Frage der Liebe 2003 Big Fish 2003 Masked Anonymous 2005 Don't come knocking 2005 Broken Flowers 2005 Never Was 2006 Bonneville Reise ins Glück 2007 Sibyl 2009 2009 Die Exzentrischen Cousinen der First Lady 2011 zu 2015 American Horror Story Die Dunkle Seite in Dir 2013 In Secret Geheime Leidenschaft 2012 Für Immer Liebe 2014 The Gambler Auszeichnungen Oscar 1983 1983 1983 1985 1986 1990 1995 Ausgezeichnet als Beste Hauptdarstellerin in Operation Blue Sky British Academy Film Award 1984 1984 Nominiert als Beste Hauptdarstellerin in 2C Emmy 1996 2003 2009 2012 Ausgezeichnet als Beste Nebendarstellerin in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm in American Horror Story 2013 2013 Nominiert als Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie oder einem Film in American Horror Story 2014 Ausgezeichnet als Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm in American Horror Story 2015 Nominiert als Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm in American Horror Story Freak Show Golden Globe Award 1977 1983 1983 1983 1985 1990 1993 Nominiert als Beste Hauptdarstellerin Miniserie oder Fernsehfilm in Open Years 1995 1996 1998 2004 2009 2012 2012 Ausgezeichnet als Beste Nebendarstellerin Serie, Miniserie oder TV-Film in American Horror Story Goldene Himbeeren 1999 Nominiert als Schlechteste Schauspielerin in Eisige Stille Boston Society of Film Critics Award 1982